Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Pinguine sind sich ein Leben lang treu. Kein Wunder, die sehen ja auch alle gleich aus. Wie versenkt man ein U-Boot voller Blondinen? Anklopfen, eine macht sicher auf. Mein Freund hat mir Blumen mitgebracht, jetzt muss ich ihm wieder drei Wochen die Beine breit machen. Wieso, habt ihr keine Vase? Geht ein Beamter in die Zoohandlung. Ich muss diesen Goldfisch hier leider zurückbringen, er bringt viel zu viel Hektik ins Büro. Müll kann man nicht trennen, hat nur eine Silbe. Blumen verwelken, Pralinen machen fett, ich zeig dir meine Liebe heute im Bett. Ach ja, Herbst. Der Natur beim Verrecken zusehen. Einmal trank ich eine 2 Liter Wasserflasche in einem Zug aus. Das glaubt mir bis heute keiner, aber der Schaffner hat's gesehen. Herr Ober, auf der Karte ist nichts mit Fleisch. Wir sind ein veganes Restaurant, was darf es denn sein? Ein Taxi bitte. Schatz, schaust du mal bitte hinten in mein Shirt und sagst mir die Größe? Weh. Karma ist eine feine Sache. Jedes Mal, wenn ich jemanden beleidige, weiß ich, er hat es verdient. Bei Subway zu essen, ist wie in den Puff zu gehen. Man bezahlt andere dafür, das zu tun, was die eigene Frau machen sollte. Wenn ein Mann etwas geputzt hat, lobst du ihn gefälligst, wartet bis er an die Ecke ist und machst es dann sauber. Wenn eine Frau, schön für dich, sagt, ist es bald gar nicht mehr so schön für dich. Klar hat man manchmal keinen Empfang. Deshalb heißt es ja Handynetz, weil es Löcher hat. Sonst hieß es ja Handytüte. Ich hab so Kopfweh. Nimm ne Aspirin und spül's mit Bier runter, dann sollte es gehen. Ich bin hier auf der Arbeit. Ich hab hier kein Aspirin. Einen Rollkragenpulli zu tragen, fühlt sich so an, als ob ein sehr, sehr schwacher Mensch dich den ganzen Tag erwögen möchte. Sag mal Fenster. Fenster. Deine Eltern sind Gespenster. Fandst du nicht lustig? Die Kinder im Waisenhaus auch nicht. So ein Sonnenaufgang ist echt wunderschön. Er liegt nur zeitlich leider extrem ungünstig. Lesbenlogik. Ich suche mir ne Frau, die aussieht wie ein Kerl und mit nem Gummischwanz umgehen kann, als ob sie ihr eigener wäre. Heute Morgen hab ich einfach so aus Spaß mit der Schneeschaufel auf der Straße rumgekratzt. Die Rollos waren noch nie so schnell oben. Definiere Deutschland. Gebäude nicht nutzbar wegen Brandschutzmängeln. Brandschutzmängel nicht behebbar wegen Denkmalschutz. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen. Also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal an einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.